Was ist Club Eagle Rider? Club Eagle Rider ist der allererste Motorrad-Abonnement-Service, mit dem Sie jeden Monat ein neues Motorrad für nur 29 Euro pro Monat fahren können. Die Mitglieder wählen aus vier Optionen, die sich in der Anzahl der Credits unterscheiden, die Sie monatlich erhalten, um Ihren Fahrvorlieben am besten gerecht zu werden. Von 1 Credit pro Monat bis zu 10 Credits pro Monat mit unserer Ride10-Mitgliedschaft. Mit den gesammelten Credits können Sie dann Ihr Motorrad mieten und sparen dabei durchschnittlich 50 bis 70% des regulären Mietpreises. Sie fragen sich wahrscheinlich, was Credits sind. Credits sind genau das. Credits. Stellen Sie sich diese wie Spielmarken vor. Mit einer Spielmarke können Sie ein Spiel einmal spielen, bevor Sie weitere Spielmarken einwerfen müssen, um weiterzuspielen. Manche Spiele kosten nur eine Spielmarke, andere ein Vielfaches davon. Genauso ist es mit unserer Mitgliedschaft. Credits geben Dir Zugang zu unserer Motorradflotte, die sich in der Anzahl der Credits unterscheidet, die Du brauchst, um ein bestimmtes Modell zu mieten. Zum Beispiel können Sie eine brandneue Yamaha XSR900 oder R3 für nur 1 Credit pro Tag mieten. Wenn Sie also Ihr Guthaben in den letzten 6 Monaten aufgestockt haben, können Sie dieses Motorrad für 6 Tage, also 1 Credit pro Tag mieten. Vielleicht möchten Sie eine Harley-Davidson wie die beliebte Streetclyde fahren. Für die Streetclyde gibt es 3 Credits pro Tag. Mit den 6 Credits können Sie die Streetclyde also für 2 Tage mieten. Sie möchten länger fahren, als es Ihre Credits erlauben? Alle Clubmitglieder erhalten 20% bei der Anmietung, wenn Sie Ihre Credits nicht verwenden, sodass die Einsparungen nie enden. Jetzt da Sie wissen, was Credits sind und wie man sie einsetzt, Wo und wofür können Sie sie einsetzen? Wo? Derzeit hat Eagle Rider über 70 plus Standorte auf der ganzen Welt, an denen Clubmitglieder ihre Credits für Bikes einlösen können. Von Kalifornien bis Florida, Griechenland bis Mexiko, Italien, Spanien und mehr. Clubmitglieder können die Welt einfacher denn je auf zwei Rädern bereisen. Clubmitglieder können ihre Credits zwar nicht an jedem Eagle Rider Standort einlösen, aber wir arbeiten hart daran, jeden Tag mehr und mehr Standorte in das Club Eagle Rider Programm aufzunehmen. Clubmitglieder können ihre Credits für jedes Motorrad einlösen, das an den Clubstandorten erhältlich ist. Von Harleys bis hin zu Yamaha, BMW, Triumphs, Hondas und mehr. Das Angebot an Motorrädern variiert von Standort zu Standort. Je nachdem, was der jeweilige Standort im Angebot hat. Kostenvergleich Clubmitglieder können bis zu 78% gegenüber den regulären Einzelhandelspreisen sparen. Ein normaler Kunde würde zum Beispiel 232 Euro für eine eintägige Anmietung einer Harley-Davidson Soft Ale bezahlen, während Clubmitglieder für das gleiche Motorrad nur 87 Euro zahlen müssen. Steuern und Gebühren sind extra und variieren je nach Abholort. Welche weiteren Vorteile erhalten Club Eagle Rider Mitglieder? 12 bis 120 Mietcredits pro Jahr, je nachdem für welchen Tarif sie sich entscheiden. Die Credits sind bis zu 18 Monate lang gültig. 20% Rabatt auf zusätzliche Miettage. Zugang zu einer Flotte von über 4000 Motorrädern weltweit. Einladungen zu exklusiven Club-Events und Ausfahrten. VIP-Check-In-Bereich an ausgewählten Club Eagle Rider Standorten. Rabatte auf Eagle Rider Bekleidung. Sparen Sie zusätzlich 14% wenn Sie die Mitgliedschaft auf einmal bezahlen. Werden Sie noch heute Mitglied und erhalten Sie im ersten Monat 3 Bonus Credits. Das ist genug um ein Motorrad für bis zu 4 Tage zu mieten, je nach dem Modell oder den Modellen die Sie wählen. Benutzen Sie den Code CLUB3 wenn Sie sich anmelden.